Meine Damen und Herren, Sie sehen eine Klickstein-Filmografie aus Retro-World. Herr Präsident, es ist wieder Zeit. Zeit wofür? Für einen Wahltag. Und wozu soll das gut sein? Das hatten wir doch schon, Herr Präsident. Wir müssen den Leuten zumindest die Illusion geben, eine Wahl zu haben. Na gut, dann hol den netten Nachbarn her. Sie haben gerufen, Herr Präsident. Ja, Sie müssen einen Werbespot für den anstehenden Wahltag drehen. Sehr wohl. Werte Nachbarn, ich grüße euch. Es ist mal wieder so weit. In einer Woche ist Wahltag. Am Wahltag habt ihr die Gelegenheit abzustimmen, ob unser geschätzter Präsident im Amt bleiben soll oder nicht. Wir haben einen Präsident. Trefft eine weise Entscheidung und vergesst nicht. Der nette Nachbar mag euch. Deshalb passt er immer gut auf euch auf. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Der nächste bitte. Was haben wir denn da? Doch nicht etwa einen Freidenker? Der nächste bitte. Aber der Herr hat die Kabine doch noch gar nicht verlassen. Sie müssen sich irren. Die Kabine ist leer. Aber ich habe ihn doch reingehen sehen. Die Kabine ist leer. Gehen Sie bitte einfach rein und geben Sie Ihre Stimme ab. Was zum... Geben Sie Ihre Stimme ab. Geben Sie einfach Ihre Stimme ab. Geben Sie Ihre Stimme ab. Geben Sie einfach Ihre Stimme ab. Geben Sie einfach Ihre Stimme ab. Untertitelung des ZDF, 2020